Musik Unsere musikalischen Gäste sind heute die Soundkrampler Badlmusi, Zilli und Lilli und die Ausea Bordkrams Gstanzelsänger. Durch das Programm führt sie Sepp Forcher. Am Anfang dieser Sendung werden uns die Soundkrampler Badlmusi musikalisch begleiten. Applaus So, wir werden da. Gute Soundkrampler Badlmusi Habe ich ein Stückchen spülen, wenn ihr jetzt was spielt? Ah, was? Da ist nichts drin. Oh, was? Hier aber... Da ist auch nichts drin. Ja, danke schön. Ja, da ist auch nichts drin. Gar. Was tun wir jetzt? Gar. Singen. Was ist denn heute bei Tag? Heute ist Silvestock. Silvestock? Silvestock. Silvestock. Und wenn ich da ganz, ganz gut überleg, Silvestock haben wir noch nie gespielt. Ja, aber ich bin besser drunter. Ja, ich möchte mich vorstellen, ich bin die Zilli. Und ich bin die Lilli. Ich bin die Zilli. Und ich bin die Lilli. Ja, wir sind zwei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei. Das ist der Sepp. Sepp. Der Sepp von der ASEA-Bortgangs-Gstanzlsänger. Ja, stimmt. Das ist der Leiter der Gruppe. Hier, wo sind deine Kollegen? Meine Kollegen, die sind so gedeppert. Die zwei, die sind so blöd. Ich bin mit dem Zug da hergefahren, aber das war mit der Kutsche. Und das kann jetzt noch ein bisschen dauern, bis du gekommen bist, gell? Aha. Ja. Gekommen bist? Ja. Und dass du überhaupt da sein kannst heute? Weil du hast ja so extreme Probleme mit deinem Fuß gehabt. Mein Fuß. Mein Gott. Ich kann aber sagen, der rechte Fuß hat mir so viel weh. Bin ich zum Doktor gegangen, gestern gleich, gell? Und weiß, was der gesagt hat. Nein. Der hat gesagt, Sepp ist alles in Ordnung, das ist nur das Alter. Aber jetzt verstehe ich eines nicht. Der Linke, der tut mir gar nicht weh und der ist gleich halt wie der Rechte. Das heißt... Grüße und gut, lieber wir rei, wir san wieder do. Beim Eberhard auf der Bühne fix drei Hol das alle. Holla der Radio, holla jo. Holla der Radio, was sagst denn do? Von nach Pointilis, dey macht hier z'Striptease. Dey verdient oller Haut und des ohne Gwaunt. Holla der Radio, holla jo. Holla der Radio, was sagst denn do? Wenn einer tat, wie man tut und so tut ihm da, da da die tun wie einer tat, der so tut wie man da tat. Holla der Radio, holla jo. Holla der Radio, was sagst denn do? Moment, morgen haben wir noch ein bisschen Zeit. Ist mir gerade eingefallen, kaum nichts machen. Aber die Letzte. Ja, ist die Letzte. Ist auch das letzte Mal der Viertagsbild hat. Nicht schon, ja. Im Herbst fallen die Blätter. Donnerbetter. Und im Frühjahr sind sie wieder dran. Ja, schau einmal in den Augen. Holla rinio, holla jo. Holla rinio, wo sagst du denn da? Juhu! Tschüss, danke schön! Warum beginnen die Zettel gut auf Richtung um? Um 10 Uhr? Ja, super! Jetzt kommen wir zum Herrn. Bitte ganz gut aufpassen jetzt. Es gibt Häuser mit je einer anderen Farbe. In jedem Haus wohnt eine Person einer anderen Nationalität. Jeder Hausbewohner bevorzugt ein bestimmtes Getränk, raucht eine bestimmte Zigarettenmarke und hält ein bestimmtes Haustier. Keine der fünf Personen trinkt das gleiche Getränk, raucht die gleichen Zigaretten oder hält das gleiche Tier wie einer seiner Nachbarn. Frage? Ja, und wir wollen jetzt einfach wissen, wen gehört der Fisch? Ja, ich weiß nicht. Wie wunderschues die Herrscher kommt. Das große Zeihなら auch nicht abwechern. Wir werden es ja nicht abwechern. aber dann soll выходz sheen die Z ved okay. Nein, was ist das so schnell das nicht abwechern, der wir jetzt die En Gabriele machten. Bis zum nächsten Mal.